Großvater, du warst mein erster Freitag, du bist bei Kissinnig, Großvater. Du bist kein lieber Mensch, was da nicht so da ist, deswegen war er doch irgendwie krank. Und durch die Art, wie du dein Leben gehört hast, hab ich eine Ahnung gekriegt, wie man es verlebt hat. Weg und zuvor, zuerst überlegen, eine Meinung hat, und ein Hinterstand. Ich hab alles gewonnen, all das wäre ich. Ich hab alles gewonnen,